Hallo, ich bin Barbara Decker, Trainer B für Reiten und der Trainer Ergänzungsqualifikation Sitz und Gleichgewichtsschülung. Mit Pferden aufgewachsen liegt mir deren korrekte und abwechslungsreiche Ausbildung sehr am Herzen. Und um genau das für jeden Reiter umsetzbar zu machen, habe ich die Reittrainingsbox geschrieben. Sie ist vollgepackt mit allerlei Wissen für den Reiter, Trainingsvorschlägen, Korrekturansätzen, Reiter gemastigt und einfach kunterbuntem Training. Jeder Reiter kann sich seinen eigenen individuellen Trainingsplan zusammenstellen. Und genau das ist es, warum diese Trainingsbox in jedem Reiterhaushalt zu finden sein sollte. Zielgerichtetes, wissensreiches, geplantes und vor allem abwechslungsreiches Training machen das Pferd gesund und den Reiter glücklich.